Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ich find's dir auch nicht bald Ich find's dir auch nicht bald Ja Level 50 Da will man den ja gar nicht irgendwie opfern Muss man ja eigentlich auch nicht Aber raus gehen wir, ne? Hm Hm Also jetzt und sterb ich Du meinst, wir sollen nochmal angreifen? Stimmt, können wir eigentlich auch Oh Ist ja wurscht, genau Der ist echt easy gemacht mit einem Speer, ne? Ja Oh Oh, Spieler Von vorne Auf der anderen Seite der Brücke Au So, mich darf jetzt keiner treffen Bisschen Schutzschild bin ich hier gerade Könnt ihr mal pingen? Kann ich pingen Klar Ich weiß nicht warum Ich mach mal trotzdem den Immo weg Bevor er uns nervt Einer läuft hier oben Einer läuft hier unten Ach scheiße, ich hab ja die Bounty Ja Ja Na ja, du fährst immer junger Boah Ernsthaft Und der Schrotflinte daneben Auf gefühlt 5 Meter Sind jetzt beide hier Einer ist da Einer ist hier Enter Einer ist oben 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 Einer brennt Das muss er reagieren Da oben Da oben Und oben Hit Oh, von Von der Seite Ja, hier Da hab ich nicht mitgerechnet Ne, von links Immer noch hier oben Einer rechts Einer rechts Einer rechts Alter, der Kopf guckt leicht rüber, ne Aber trotzdem treffe ich ihn nicht Oh, oh Hat hit Und rooted Hat hit Und rooted Hmm Einer ist hier hinter Und einer ist immer noch Da hinten Da kann ich nicht hinfingen Der haut vor mir ab, der Sack Und jetzt kommt er wieder Und hier Ich glaube mittlerweile beide Ja, sind beide Shit Kann man was hier? Ja Mhm Halt, wo ich bin Hat noch einen Einschuss Keine Keine Munition dabei Okay, sind beide hier drüben Einer ist relativ dicht hier Einer ein bisschen weiter hinten Muss hier jetzt in der Hütte sein Oder an der Hütte An der Hütte An der Hütte Läuft hier Sehe ich noch nicht Läuft doch weiter weg Läuft doch weiter weg Ist der Partner ausgebrannt oder hatten sie den gelöscht? Oh, hier kommt einer Jetzt wieder hier oben Jetzt wieder hier oben Und sich irgendeinen Pack geholt Und sich irgendeinen Pack geholt Schade, dass sie nicht nochmal näher gekommen sind Schade, dass sie nicht nochmal näher gekommen sind Einer ist da drüben, ne? Und einer da Ja Was hitt? Du hast eine Kanade? Aufwand? Nee Nichts Auch keine Kanade? Ist glaube ich reingesprungen wenn ich mich nicht täusche Ich muss mal kurz weg Ok, der ist weg Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gott, ich brenne Warum brenne ich? Ach, da ist Feuer auf der Schiene Oh Gott Seht der auch noch nicht Der ist nach hinten Weggelaufen Der ist glaube ich nach hinten weggelaufen Der ist glaube ich nach hinten weggelaufen Kommt, kommt hier Kommt hier Ist hier oben irgendwo Ah, scheiße Wir haben Munition Wo war der? Der kommt zu mir gelaufen Oh Gott Wo ist er denn? Kommt raus Kommt raus Kommt raus Kommt raus Hitt Ja schön Ja schön Ja schön Ja schön Sooo Leider ist uns die andere Bounde in Japan gekommen Aber Drei Kills mehr Ja Wann da nicht hier alles gott Ja, den suche ich auch noch Ja Äh, hier Kommt hier Und wenn man da ist Und ich habe die Bounden in Japan gekommen Und dann ist das ein bisschen Ja Wie ist das denn? Ja, da ist ja schon Ja, da ist es denn Warum? Ja, da ist ja Ich bin ja auch Und dann ist ja Gott, wir sind wieder da, weil sie ihn aufreden. Ich glaube, einmal nutze ich den Hunter noch, bis er stirbt. Oh, mein Speer. Ja. Oh, mein Speer. Oh, mein Speer. Oh, mein Speer. Oh, mein Speer.